Moin, hier ist Heini. Jetzt gerade wieder mit Flughafen Simulator 2013. Und so langsam ändern. Ne, ändern wir nicht. Nähern wir uns mal, dass ich mal so großen Dinger kriege. Ich muss ja auch irgendwann mal auf so ein Leid haben. Wenn ich mal hoffen, obwohl ich nicht schwindelfrei bin. Mal gucken, vielleicht brauche ich ja gar nicht kotzen oder so. Also ich lasse das Spiel und bin kliquidoren. Also nicht wegloben. So, dann bin ich wieder. Und der Junge ist schon wieder Quatsch. Schichtanteilung. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich machen muss. Bestimmt das in den Hof hängen oder so. Ich sehe das schon kommen. Wir haben Streichhölzer gezogen und du hast heute das Einsatzmessfahrzeug Florian 7. Nee. Einsatzmessfahrzeug Florian 7. Jetzt geht mir jetzt eine ab. Ich bin mal gespannt, was das für ein Ding ist. Florian 7. Oh, siehst du, ich habe gerade noch gesagt, ich muss ja mal... Und da haben wir... Irwin. Danke. Ich kann das gar nicht mit Worten fassen. Dann hast du mal super gemacht. Und ich wollte gerade fragen, ob ich heute frei kriege, weil ich mich nicht gut fühle. Ich bin mal Allergie und jetzt sowas. Ich bleibe hier. Ich mache heute über ein paar Stunden. Irwin. Danke. Danke. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität geht. Dann wollen wir testen. Ich habe da noch gar nicht gehabt, mein Junge. So, das war es auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Ja, danke, Irwin. Danke, dass ich diesmal... Ach, die Geschichte. Oh, ich breche ins Essen. Bin gleich. Sag, jetzt bin ich raus. Ey, haut doch nicht so schnell ab. Aber, Irwin, danke nochmal. Das finde ich lieb. Also, ich glaube, du magst mich doch. Du willst das nur nicht so sagen. Ich beleidige dich auch nicht mehr ganz so oft, wenn du liebst. Morgen. Hallo. Mir geht's heute sehr gut. Ich bin wieder befördert worden. Ich darf den Florian 7 fahren. Ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet. Aber Dankeschön. Und pass auf, dein Portemonnaie auf. Nicht, dass da jemand hinten deine Portemonnaie aus dem Haus auszieht. Das geht ganz schnell. So, zack. Und dann sagst du, hör, wo ist mein Geld geblieben? Moin. Da haben wir es wieder. Da war Ostfries. Wer war das? Florian 7. Jetzt will ich jetzt mal gucken, was ein Auto das ist. Noch nicht Alarmlos lesen. Ich muss mir erst mal Florian 6. Florian 6. Der kleine Ding hier. Dieser hier. Aber das wäre der Roboter. Der macht auch Spaß. Ich habe da schon mal Ölproben in den ABC-Shot-Simulator. War da, glaube ich, drin. Genau. Und dann bin ich auch damit am Ende. Und bin rumgefahren. Hat auch Spaß mockt. Wir cruisen da mal mit rum. Wir können ja mal die Tür aufmachen. Ich glaube mal, der ist ja noch alles supi. So, einsteigen. Wie fährt der? Mhm, geradeaus. Ja. Die Lenkung haben sie echt hingekriegt, ne? Fein, an die Entwickler. Sehr schön jetzt, ne? Einfach nur cool. So mag das Spaß zu lenken. Okay. Was müssen wir dann machen? Sprit ist da drinne. Blaulicht mach ich nicht, weil dann gibt's Arsch voll. Regen. Hat er ein Regenschirm? Das ist nämlich wichtig, weil... Oh, warte mal. Ich wusste... Ich hab immer... Ach, die Allergie so schlimm. Also nix... Wenn ich mal am Niesen bin, müsst ihr nix bedenken, ne? Ah! Entschuldigung. Oh, mein Rücken ein Gereck nebenbei. Oh, das tat gut. Oh, das war nicht normal, ey. Ey, ich... Oh, ein Auto. Hast du gesehen? Wie ist er denn gerutscht? Habt ihr das gesehen? Der war cool, denn. Der bin ich nur ich. Der rutscht. So, schau, dass ich mein Fenster nicht aufmachen kann. Ey, ich bin befördert worden. Ihr gar nicht. Fahrt ihr mal in euren komischen Golfs da vorne oder so? Das dauert auch ein bisschen, bis ich da hinten bin, ne? So, da kannst du mal loslegen und mir ein Einsatz zahlen. Könnt ihr mal hier irgendwie Terroristen entschicken, die mal einen Brand stecken oder irgendwas machen. Oder Öl ausliefern oder ich muss eine Tonne finden oder irgendwie was. Ja, Feieraufwund. Oh, ja, 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 ja. So. Ich fahr jetzt mal noch ein. Ich trinke einen Kaffee. Also fahren tut er super. Das mag Spaß. Ich bin wieder befördert worden. Ich bin wieder befördert worden. Ja, Fahrzeugfeieraufwache. So, zack. Oh, das war knapp. Das war aber richtig knapp. So, ich steig jetzt aus. Und jetzt will ich mal ganz kurz... Ne, zu weit weg, ne? Und wenn gleich ein Alarm losgeht, dann muss ich hier sieben Kilometer laufen, ne? Das geht nicht. Ich hab das Gefühl, in drei, zwei, eins, jetzt geht der Alarm los. Ne, doch nicht. Ob der klappen kann. Oh, Elvin, ich hab fast mein Bruder plattgemäht, ey. So. So, wenn ich jetzt hier... Von meinem Fenster... Oh, kommt hin, ey. Ihr könnt ja rumzufahren, wenn ein Alarm kommt, ne? Tag. Tag. Das war aber auch ganz neu, dann Tag. So, was war das denn hier? Ja, scheiß Haus, dann ist hier mal ein Pizzabäcker oder so. Ne, ganz schnell weg, ganz schnell weg, dann ist hier mal ein Sport. Ja, Rauchentwicklung. Ja, ich go, ja, du henn. Ja, Flybred ja in die Schlüpfer, den ich da löschen muss. So, wieso soll ich hier was löschen? Ja, ich will hier mit meinem Roboter arbeiten, ey. So, keine Ahnung. Und los geht's. Ähm. Ja, ich muss erstmal sehen, wo ich lachen muss. Hier gibt's ja mehr, äh... Einsatz angenommen. Angekommen, aber noch nicht, ne? Wo muss ich denn hin? Geradeaus ist das. Ja, okay, dann bretter ich hier so drüber. Ist mir scheißegal. Weil wer brettern kann, der kann auch drüber brettern. Wo ist denn hier was? Ich seh noch gar nix. Ach, da hinten. Da können wir hier schon mal hin. Hüppi. Ach, da brettert. Oh, das ist qualm, du. Da hat jemand hingepuckt, so qualm. Was ist das hier? Das qualm, nee, das ist Licht. Oder, nee, das ist Licht. Nee, da brandt, da brandt, aber da brandt, so was vor. So, ey, ich muss den Horn ausmachen. Glaube ich kann nicht anlassen. Brauche aber auch nicht, ne? Äh, blinke aus, so, zack. So, jetzt muss ich erstmal alles hier wieder finden. Denn, ich brauche hier so auch richtig Qualme. Ich will erstmal hier, Gasmaske ist wichtig, ey. Äh, ne, habe ich nicht hier. Ich muss ich nur für das. Das soll ich mit dem Feuerlöscher nehmen? Sie sollte besoffen. Hä? Wieso geht der, ne? Nein, Feuerlöscher ist los. Nein. Und was sollte ich jetzt machen? Ey, sollte ich... Oh, nee, ey, jetzt ist mein Feuerlöscher leer. Das ist nicht euer Ernst. Ey, ich habe mir da jemanden leeren Feuerlöscher reingepackt. Jetzt kann ich da ganz hinfahren und neuen Feuerlöscher holen, oder was? Das ist doch nicht normal. Ihr habt doch ineinander einen Verfassel. Hätte ich das mal überprüft? Ich dachte, wenn er neu ist, naja, die werden mir wohl kein Schrottding geben, ey. Schienen die die Arschkarte? Scheiße. Jetzt muss ich hier schon hinfahren. Oh, nee, du. Und mein Feuerlöscher ist leer. Oh, warte, 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 warte. Was war das überhaupt, was gebrannt hat, ey? All die Karton, oder was war das, ey? Oh, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. So, hier, komm. Geht da alle weg, geht da alle weg. Ich habe hier so viel Stress. So, schon mal so machen wieder. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss. Hier bin ich ja schon. Ich bin ja schon zu Hause. Da ging ja. Komm, weg hier, weg hier, weg hier. Ikibketi. Ikibketi. Ups, was war das denn? Jetzt bin ich manchmal wie hibbelig. Geht das weg? Wieso stehen die ganzen Leute eigentlich noch hier rum? Das glaube ich jetzt ja nicht, ne? Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wie war das nochmal? Ich muss F drücken, ja. Muss ich den einfach austauschen, oder muss ich den einfach austauschen, ey? Haut ab, der war irgendwo hier, war das, Leute. Die Feuerlöscherdinger, ne? Scheiße, und das brennt, und das brennt, und ich hier, ey. Der ist voll, so, schnell, da kann ich auch hinlofen, ey, ne. Och, du Scheiße, ey, das passt hier aber doch nicht nochmal, ey. Ich dachte, das ist ein neues Auto, das gleich voll. So, quatsch mir nicht an, ich hab kein T-Devine. So lieb, wie du heute warst du mir, ich bin befördert worden, das freu mich auch. Aber da hinten brennt das Licht da low, ey. Und wenn das ein Osterfeuer ist, dann flippe ich aus. So, und F, und D-Devine dicht. Och, du dickes Ei. So, dann geht er los. Tatüt, Tat, Tat, eigentlich, sagt, da. Und jetzt geht es ja, ach, hier kriegt er einen Punktabsuch, oder so. Äh, wie ich hier zu langsam, oder so. So, geht weg da. So, ich lass meinen Feuerlöscher erst mal aus. Ich meinte, mein Blaulicht, nicht, dass ich da wieder Punkte kriege, oder so. Arsch, weil hier da vorne brennt das hier. Noch brennt das. Oh, hier, da, tschüss. Und grüße die Urlauberinnen, ne? Oh, hier. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Und das brennt, ich kann dann löschen, die ganzen Kollegen stehen da alle, ne? Oh, die, 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 die stehen da, die ganzen Jungen, so kein Held, wie, ne? Ich glaub, das ist ja alles nicht normal, hier. Soll ich so nah dran, dann brenne ich gleich wieder, ey. Kommt die gleich an. Da muss ich nicht, weil ich mal... Das Brett und Haaren kommt zehn Stunden zu spät. Das glaub ich nicht, ey, weil hier, ich hab kein Feuerlöscher gehabt. Haha, wie geil ist das denn, ne? Ey, das ist aber viel geworden hier. Scheiße. Da soll ich mir da keine Pisting hier löschen? Ja, anscheinend klappt das. Oha. Komm, schnell, 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 schnell. Zerfliege im Flughafenfeuerwehr. Ah klar, dankeschön. Dann war der Punkt. Ich hab schon verstanden, weil der heißt und verstorben. Weil der heißt und verstorben, ich verstorben, ich verstorben hier nix. Oh, hier, da fliegen zwei Flugzeuge weg. Wo ist das hier? Das ist ja nicht. Ach, da vorne, vor mir. Okay, dann geht er los. Nach Husten, nach Husten. Ist doch jetzt genug wieder drin, ne? Nein, nicht zumachen. Heini, 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 Heini. Du wurdest immer nervös, ne? So, jetzt ab nach Hause hier hin. Da haben wir wieder was geschafft, ne? Ey, ich hab den Florian Messe-Technik-7. Das ist schon mal cool. Und du stürzt jetzt nicht ab. Ich wollt erst mal wieder mal nach Hause hin. Ich mein, hier den Flugzeug auch vor uns, ne? So. So. Ach. Der war knapp, du. Na ja, die fahren echt gut, diese Autos. Jetzt muss ich sagen. Bin ich auf jeden Fall sehr mit zufrieden. So, da vorne ist Min2Hoos. Oder auch nicht. Ja, das Problem ist, wenn ich zu schnell bin, dann hast du natürlich Probleme, ne? So, hier ist Tank noch drin. Feuerlöscher war auch noch genug drin. Ja, fahrzeug ist feierfache. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, hab ich bescheuert, oder was? Rückwärtsfahren muss ich aber noch mal lernen, nehme diesen Ding. So, komm hier, was ist denn los, Kollege? Danke. So, aussteigen. So, Schluck Kaffee kann ich mehr. Ich bin so kaputt jetzt, ne? Ich wollte mir mal mit Angie auch mal einen Brief schreiben. So, hallo, liebe Frau Angie. Würden Sie mal mit mir einen Kaffee trinken? Oder auf der Facebook-Seite schreiben. Mal gucken, was ich für einen Resonanz kriege. Oder mal gucken, was ich für einen Anwar... Was ist das denn? Hä? Was ist das? Hier ist eine Katastrophe. Was ist das denn? Das gibt's ja nicht. Hier ein Auto falsch geparkt. Aber ganz schnell weg da. Muss ich rumlaufen. So. Weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da. Ich bin mal gespannt, ob das gleich wieder weg ist. So, hier, Sport. Jetzt muss ich erstmal Sport machen. Da parkt ein Auto quer im Haus. Komfort. Und los geht's. 3, 2, 1 und fertig. Zack. Komm, ein bisschen Bankdrücken wir auch noch hier. Komm, komm, stellen die so an. Stellen die so an. Und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1. Und nee, nee, dass ihr könnt tanzen. Dachte ich jetzt immer, dass er so ein bisschen tanzen ist. Schön. Und dann krieg ich noch einen Kaffee. Ja, gleich geht er alarmlos. Ich sehe das schon kommen. Da hinten unten links geht er nämlich hier was starten. Oder was landen. Ich glaube, ich bin gleich ein Plattfuß. Was? So, jetzt noch mal ein Schluck Koffie. Wo bin ich denn ganz hin? Nichts sagen. Hast du Glück gehabt, ey? Da ist mein LKW. Wie geil. Wie geil. Ich komme da nicht durch, wenn mein LKW da steht. Hier wurde ein leichter Rauchentwicklung. Sieben an Leitstand. Meldeeinsatz angenommen. Yo. Ich murd jetzt vorhin. Ich weiß gar nicht, was er war. Aber ich werde es ja sehen gleich. Komm, komm, Action, 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 Action. Dreck, 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 Dreck. So, jetzt aber. Komm, einsteigen. Ehe und tschüss. Blaulicht an ist wichtig. Im Dunkeln muss ich immer so machen. Weil dann fahre ich immer gegen eine Wand. Wo bin ich denn hier? Ach, hier vorne brennt das. Ist schon die Lichter. Die können ja auch hier hinspucken. Fuh, fuu. Schon bin ich da hoch. Das ist bei den Tankstellen da, ne? Oder? Im Dunkeln ist immer da sehe ich auch wo auch nichts. Ich bin echt orientierungslos im Dunkeln, ne? Da hinten brennt das. Oder ne? Vor mir? Ne, dachte ich jetzt. Was war das denn? Angekommen schon? Ja, da sagst du immer, du Klappstuhl. Und was der ist? Nada. Am Einsatzort eingekommen. Außenstelle hat er gesagt, ne? Und was soll das sein? Da wollen wir mal am Ausmachen. Da wollen wir mal aussteigen, ne? F1. Überprüfst du nicht, ob wir dir ein Feuer ausgebrochen ist oder nicht. Sollte, wie ich dir vorangefragen soll, musst du zunächst gelöscht werden. Weil, wenn du ein Fehler lang handelst, kannst du dir bei einem Schalter wieder ausschalten. Okay. Ich glaube, das ist hier hier nichts. Das ist wahrscheinlich hier ein Schalter. Muss ich finden. Wo ist hier ein Schalter? Weil hier brennt ja nichts, also muss ich erst mal ein Schalter haben. Schalter. Schalter. Hä? Wo ist denn hier ein Schalter? Ne, das ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, da blinkt auch was. Herr, wo ist denn hier ein Schalter? Erstmal von außen gucken. Da oben leuchtet, was da ist aber kein Schalter. Da laufen wir hier mal im Held. Also von den Passagier-Terminens, kenne ich dann noch, dass das irgendwie rot an der Wand leuchtet, wo ich gegen kloppen muss. Platsch, klatsch. Entschuldigung. Dann ist das nämlich gewesen. Hier vorne komme ich hin. Hier brennt das aber auch nicht, oder wohl? Laut. Das könnte hier jetzt sein. Brennt hier was? Kommt oder aus? Nein. Aber ein Schalter sehe ich trotzdem, ey. Naja, hat ja auch geregnet, ey. Wahrscheinlich ist alles hier. Oh, nee, komm, ich will den Auftrag nicht versemmeln, ne. Gib mir den scheiß Schalter. Ach, du Scheiße, da brennt dein Flip aus, ey. Oh, das muss ich nur ganz hinten auf meinen LKW holen. Oh, ich trottel, ey. Das brennt da wirklich. Boah. Glaube ich ja nicht. Scheiße. Komm hier, dem Mond kommt auch schon, du. Ich glaube das nicht, ey. So, dann wollen wir mal einsteigen. Hier, zack, 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 zack. Das geht hier, Schlag auf Schlag. Wo war das hier jetzt, ne? Hier rein. Oh, dann da hin. Echt, sogar ein Fehlalarm. Und hier, der ganze Flughafen ist am Brand. Wo war das denn jetzt? Auch falsch. Sag mal, bin ich bescheuert, oder was? Da! Oh, 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 oh. Hier, die übernacht, die Unserfeuerwahrscheinlich gefeiert, ey. Klumpen. So, aussteigen. Glaube ich haben wir ja sowieso auch schon aus. Jetzt geht er los. Entschuldigung. Ehe, die Tür aufmachen. Was habe ich gesagt? So, alle in den WF. Schnell hin. Scheiße. Und ich dachte, die verarschen mich, das ist irgendwie Fehlalarm. Und mein Junge, bist du erstickt, oder was? Sehr schön, dass wir da sind. Ja, Fahrzeugfeieraufkommen. Könnte ich mal hier jetzt irgendwie Giftgas oder sowas haben. Feuerlöscher so, Autotür zu. Autotür zu. So, jetzt fahr ich das in eine Halle rein. Und wenn das in eine Halle drin ist, dann steht da erstmal in der Halle drin, ne? Ne, dann ist erstmal Feierabend angesagt. Bin ja auch ganz weit ohne Licht gefahren, sehe ich gerade. Scheiße. Cool. So, dann ist das. Da hinten ist mein Feuerwehronkel. Mein Lager, da gehe ich immer hin. Und dann mache ich erstmal Feierabend. Dann haben wir erstmal genug gearbeitet. Wir wollen ja nicht, dass die Videos so groß werden, ne? So, komm hin, Action. So. Hier muss ich durchfahren. Kommt hin. Ihr geht mir nicht auf den Sack. Kommt auch hin. So, wo bin ich denn? Hier muss ich jetzt rein. So langsam habe ich das echt auf dem Schirm, ne? Wirst du noch, wo ich angefangen bin? Uh, war das Scheiße, sage ich euch. Frei auf Wache. Feierabend. So. Fein. Sehr schön. Und jetzt machen wir dann mal eben... Nein, nicht blinken. Wir müssen uns stiegen, ne? Sehr schön. Und jetzt gehe ich da mal hin. Und mache mal eben Schicht zu Ende. Mal gucken, ob der rumjolt. Hi. Der sagt bestimmt, ich bin zu früh, ne? Weil ich will jetzt noch keinen Auftrag haben, ja, für ein Video. Weil es ist ja zu lang, ne? Jo, siehste. Aber ich gehe hier eine Runde schlafen. Ich mache hier erstmal beenden. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. So langsam wird das ja was mit uns, ne? Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.